Es kommt die Karriereplanung auf euch zu, wo geht es für euch hin, was habt ihr euch selber vorgenommen, Träume, realistische Ziele und so weiter und so fort. Also ich versuche jetzt erstmal mich in der Pro-Aben-Looten zu kriegen, mich dann zu etablieren und dann langsam halt hochzugucken und irgendwann vielleicht erste Liga zu spielen auf jeden Fall.